Yoga-Karmasana wird wie folgt beschrieben im Buch Garota Enzyklopädie of Traditional Asanas. Gib die rechte Ferse an die linke Seite des Dammes oder Perineums und gib die linke Ferse an die rechte Seite des Dammes oder Perineums und setze dich ganz bequem hin. Das ist Yoga-Karmasana. Durch die Stellung der Fasen werden Ida und Pingala miteinander verbunden und im Muladhara Chakra vereinigt.